Gitter anfangen. Wir wollen ja jetzt erstmal schauen, ob wir die Diskussion, die vernünftige Diskussion hinbekommen. Wir werden auch wie immer natürlich deeskalieren, falls es witzig wird. Es war vorhin schon ein bärtiger Moslem da, der war ziemlich erregt und der hat gerufen, ihr gehört hier nicht her, ihr seid schlimmer als die AfD. Ich hoffe, dass es bald verboten wird hier. Ja, das sind so die Wunschträume von radikalen Anhängern des...